Guten Morgen, Herr Bernecker. Heute sind Ihre sechs Jahrzehnte an Wirtschafts- und Börsenerfahrung besonders gefragt. Vielen Dank schon mal vorab für dieses Gespräch. Hallo, ich freue mich darauf, was zu diskutieren ist. Super. Herr Bernecker, bevor wir in das Thema einsteigen, haben Sie eigentlich mal gezählt, wie viele Bundestagswahlen Sie in Ihrer Lebensgeschichte oder in Ihrer aktiven Börsenzeit schon begleitet haben? Alle seit 1957, als Konrad Adenauer mit der berühmten Überschrift oder den Slogan in den Wahlkampf eintrat, keine Experimente. Es ist ja schon bemerkenswert, wie schnell sich die Windrichtung der politischen Meinung drehen kann. Wir wollen uns dem von verschiedenen Seiten her nähern, erst von der realwirtschaftlichen Seite, später dann auch aus dem Blickwinkel der Börse. Fangen wir vielleicht mit der Realwirtschaft an, schauen dabei zunächst im Breitwandformat auf Europa. Welche Wirkung hatte hierbei in der Vergangenheit die politische Farbenlehre? Nicht unmittelbar. Es gab in Europa ganz selten unmittelbare hektische Reaktionen auf das Wahlergebnis bis auf Frankreich 1981. Das war sicher gravierend, aber ansonsten wenig. Wichtiger ist die Art und Weise, wie eine Regierung gebildet wird. Das werden wir ja demnächst in Deutschland sehen. Und wie lange es dauert, bis der Markt oder die Wirtschaft darauf reagiert. In der Regel, kann man sagen, über den Daumen, drei, vier Monate darauf, dann wird man erkennen können, wohin die Tendenzen gehen. In Deutschland ganz gut nachweisbar. Bevor wir zu Deutschland kommen, bleiben wir aber erstmal so ein bisschen auf der europäischen Bühne. Eine Tendenz ist ja auch jetzt schon so ein bisschen erkennbar, beziehungsweise sie deutet sich an. Was bedeutet eine eher linksorientierte, eine eher sozialistisch orientierte Politik beispielsweise für Europa in der Vergangenheit? In Europa hat es in den letzten 120 Jahren, also seit Beginn des letzten Jahrhunderts, nie eine sozialistische oder sozialdemokratische Regierung gegeben, die dem jeweiligen Land einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung a angeboten hat und b realisiert hat. Noch nicht einmal die Schweden, die ja lange Zeit als Vorbild gehalten, insbesondere für Willy Brandt und die als Vorbild für sozialdemokratische Politik gehalten und am Ende waren sie zahlungsunfähig oder standen vor dem Staatsbankrott. Das ist die schlichte, einfache Erkenntnis, die jeder nachlesen kann. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen? Gibt es auch andere Beispiele auf der europäischen Bühne, wo sich das so dargestellt hat? Der erste Versuch startete 1945, als Etli, als Nachfolger von Churchill, als Lieberpräsident der Lieberpartei und Premierminister wurde und damit begann der Abstieg Großbritanniens. Der zweite nach ihm war Wilson, immerhin ein Wirtschaftsprofessor, bis zu dem Niedergang 1976, 1977, je nachdem, wie man das abgrenzt. Und erst Margaret Thatcher hat dann die Wende eingeläutet. Das war unpopulär, deshalb ist sie auch Gesicht nicht geliebt worden, aber sie war erfolgreich. Die weitaus schwierigere Situation und sehr typische Reaktion absolvierten die Franzosen, als im zweiten Wahlgang Mitterrand am 10. Mai 1981 tatsächlich Präsident wurde und danach in Frankreich eine ganz schwierige Situation entstand. Vier Wochen nachdem er gewählt war, nahm er schon mal 45 Milliarden Franken in die Hand, um 32 Firmen, große Firmen, davon die größten 20, zu verstaatlichen. Das kostete diesen Betrag, den zunächst die Bank des Francs vorschoss, kurzfristig, um einschließend das Ganze über Staatsanleihen zu finanzieren. Gleichzeitig wurde eine Reichensteuer oder Luxussteuer für Immobilien kreiert und innerhalb von sechs Wochen war der Immobilienmarkt in Frankreich eingebrochen. Für Luxusimmobilien gab es die Abschläge in der Regel so um die 30, 35 Prozent, im Einzelnen auch 40 Prozent an der Côte d'Azur und jeder konnte sich bedienen. Ich auch. Das war Frankreich oder der erste sozialistische Versuch in Frankreich nach dem Krieg oder sagen wir nach De Gaulle. Drei Jahre später musste alles wieder zurückgerufen werden, denn alle verstaatlichten Unternehmen waren schlicht und einfach zahlungsunfähig oder schrieben rot und dann wurden sie alle wieder im Markt platziert oder an die Börse zurückgeführt. Das Ganze hat netto gekostet ungefähr 18 Milliarden von den genannten Zahlen und getragen wurde es eben über den Staat, über die Finanzierung, wie ich sie gerade erklärt habe. Das ist sozialistische Wirtschaftspolitik. Gut gemeint, ganz bestimmt nicht schlecht gemeint, um es vorsichtig auszudrücken, doch einfach nicht gekonnt. Weil Sozialismus verträgt sich nun mal nicht mit freier Marktwirtschaft, wie auch immer man das reden will oder umschreiben möchte. Wir können noch einige andere Beispiele anführen. Wir könnten sagen, wie es in Portugal gelaufen ist, wie Griechenland gelaufen ist. Die einzigen, die es ist einigermaßen aber eben typisch italienisch managen konnten, war Italien. Die Italiener haben immer vermieden, eine eindeutige sozialistische Führungsspitze zu etablieren. Das ergab sich ja jeweils aus den Koalitionen. Mit der bemerkenswerten Art, wie die Italiener das natürlich nur können. In Italien gibt es keine Koalitionsverträge, sondern immer nur Vereinbarungen, mündliche Vereinbarungen. Und wenn es schriftliche Programme gibt, dann werden die nicht unterschrieben von den jeweiligen Politikern, sondern nur paraffiert. Auch das muss man wissen, wie es eben in den Ländern funktioniert. Kurzum, sozialistische Experimente seit 120 Jahren waren leider immer ein bisher Volk. Bevor wir gleich nach Deutschland schauen, möchte ich auch einen kleinen Abstecher machen. Man könnte natürlich entgegenhalten, das chinesische Modell, das kommunistische Modell, das scheint allerdings zu funktionieren. Was würden Sie dazu sagen? Das ist ein völlig anderer Weg, wie die Chinesen es nun mal angegangen sind. Das ist der Verdienst von Deng Xiaoping, der dies richtig gesehen hat, sich umfangreich im Ausland angeschaut hat mit seinen vielen Reisen, erst nach Singapur, Hongkong, schließlich nach Amerika und so weiter. Und er hat das ja sehr klar formuliert, wie dies aus der Kultur der Chinesen heraus machbar ist. Nämlich, der Staat lenkt und überwacht das ganze System, aber er gibt sämtlichen Chinesen die absolute Freiheit, sich persönlich zu entwickeln. Wir reden jetzt von Ökonomie. Und das geht. Aber es gibt keine Vorschriften, sondern er ließ also zu, dass jeder, der kleinste wie der große, der durfte also von Anfang an tun und lassen, was er wollte. Bis zu den Grenzen, die inzwischen erreicht worden sind. Wir werden, darüber hatten wir vor einer Woche schon gesprochen, wo politische Grenzwerte erreicht werden. Der Unterschied zu den sozialistischen Systemen in Europa bestehen also vor allen Dingen darin, dass sie dazu neigen, zu regulieren. Und zwar vorab zu regulieren, Begrenzungen zu geben und damit die Initiative der Unternehmer einschränken. Das ist automatisch, um gar nicht zu vermeiden. Da muss man nicht mit einem großen Hammer kommen, sondern mit kleinen, aller möglichen Sortierungen und Vorschriften gleich welcher Art. Die Chinesen, ich wiederhole, haben diesen Freiraum gegeben, der nun zu Recht an die Grenzen gestoßen ist, als ein kommunistischer Staat nicht hinnehmen kann. Dass also die Milliardäre eine sehr tragende Rolle inzwischen erreicht haben. Und dagegen steht eine sehr große Zahl von 1,4 Milliarden Menschen, die nun deutlich anders orientiert oder leben müssen. Also versucht ein solcher Staat einen Mittelweg zu finden. Das ist schwierig, keine Frage, wird auch nicht gelingen. Aber es muss grenzwertig sein, es müssen Grenzen gezogen werden. Alle diese Beispielvolle Alibaba und Tencent haben wir ja schon besprochen. Und das ist ein System, das man sehr gut vertreten kann. Nun wollen wir dann auch nach Deutschland schauen. Und Deutschland hatte ja auch seine sozialdemokratischen Episoden. Wenn Sie zurückschauen, was ist bei Ihnen als Quintessenz und an der Volksbilanz da hängen geblieben? Wir haben ja zwei sozialistische Regierungen oder sozialdemokratisch geführte Regierungen gehabt von 1969, Willy Brandt und anschließend Helmut Schmidt. Das ging zwölf Jahre in einer Folge, die ja gut dokumentiert ist. In dem eben nach dem, wie soll ich sagen, nach der Leitlinie von Willy Brandt, wir wollen mal die Qualität oder die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft testen. Dann ging es los. Und wo wir dann gelandet sind, war es jeder noch nachvollziehen, im Sommer 1982, als die Kassel leer war. Der ungeliebte Begleiter und Beschreiber dieser Entwicklung ist Tilo Sarrazin mit seinen verschiedenen Büchern, der dies sehr genau und sehr gut nachvollziehbar dokumentiert. Alles mit Zahlen der Deutschen Bundesbank beziehungsweise des Statistischen Bundesamtes. Also keinen polemischen Diskussionen, sondern tatsächlichen Fakten. Also zwölf Jahre lang haben wir die Entwicklung gehabt, die anschließend natürlich total innerhalb von kurzer Zeit in eine völlig neue Tendenz umgeschlagen ist. Wir nannten sie damals die Kohlwende. Muss man nicht unbedingt so nennen, aber ist so. Kurzum, es war der Anfang über zwölf Jahre inklusive Ölkrise. Das muss ich Ihnen zufügen, bis zu dem Ende von 1982, als der Koalitionspartner FDP das Handtuch warf. Das gleiche haben wir von 1998 bis 2005 mit dem Duo Schröder-Fischer. In der gleichen Form ist es nur 2005 nicht mehr weitergehen. Und er wechselt an den Stand. Es ist nun mal gut gemeint, ich wiederhole das. Alles, was die Sozialisten oder Sozialdemokraten meinen, ist, mag vertretbar sein. Es mag sogar vertretbar sein, zu sagen, wir ändern die Progression in der Einkommensteuer. Es mag vertretbar sein, auch eine Vermögensteuer zu diskutieren. Aber man muss wissen, welche Folgen das hat. Und zwar nicht nur für die, die die Steuern zahlen, sondern für 82 Millionen oder für die deutsche Wirtschaft. Und die deutsche Wirtschaft hat einen Europarahmen, eine ganz andere Struktur und ist deshalb für solche Dinge besonders empfänglich. Schauen wir dann auf den DAX. Das Motto des heutigen Gesprächs ist ja der DAX im Wahlrisiko. Nun gibt es ja durchaus Aspekt und Argumente für eine Atempause beim Deutschen Leitindex. Wenn wir an die politische Unsicherheit denken, an Covid-Varianten, ökonomische Verlangsamung. Aber welchen Stock man dem DAX auch in die Speichen wirft, er will einfach nicht wirklich korrigieren. Wie schätzen Sie denn Ihre Perspektive ein? Der deutsche Markt ist billig. Das muss man einfach sagen. Das PMI, gemessen, also vorwärts gerechnet, über 52 Wochen nach vorn, liegt etwa bei 15 im Moment. In den anderen Berechnungen von Bernden liegen sie bei 13,5 von Refinitiv. Das ist ein Research House. Kurzum einigen wir uns auf einen Mittelwert von 14. Das ist noch nicht überteuert. Die Qualität der deutschen Unternehmen, A von den Belangsen, B von den Produkten und C von der Gewinnstabilität, habe ich keine Sorge. Nur es bedarf des Anstoßes. In Deutschland gibt es keinen Anstoß. Das fehlt in der gesamten Politik der letzten 16 Jahre. Es gibt leider keinen Anstoß, wirklich, abgesehen von großen Reden und Ankündigungen, wirklich neue Dinge anzustoßen und sinnvoll zu fördern. Leider ist dies in der großen Koalition nicht mehr möglich gewesen, aber auch in den vorrangigen Kombinationen war das einfach nicht machbar. Warum und wieso wollen wir jetzt nicht diskutieren. Es ist einfach die Tatsache. Habe ich aber eine höhere Bundesregierung, die schlicht und einfach die Perspektiven, die jeder hat, auch öffnet, die Türen öffnet und sagt, jeder darf, ich darf das mal übertreiben. Jeder Unternehmen darf das tun, was in diesem Rahmen im Klimabereich alles vorhat. Wir unterstützen dies. Planvoll, abgestimmt natürlich, das ist richtig. Dann entsteht Dynamik. Und nur so lebt dann auch eine Börse von den Grundgedanken, der dahinter steht. Unternehmen, die nichts anderes tun, als treu und brav, schön arbeiten, eine Dividende ausschütten und die auch eine Rendite von 4% bieten, sind nicht mehr das, was man im Internetzeitalter verlangt. Die Fantasie der Anleger weltweit. Ich erwarte Ziele, klare Ansagen, wie sie es machen wollen, mit welchen Absichten, welche Produkte dazugehören, damit der Anleger sich damit identifizieren kann. Und so entsteht eine Horse. Meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob man mit 10 oder mit 60 Jahren Börsenerfahrung auf das Geschehen schaut. Und in diesem Sinne lade ich Sie ein, die Aktienbörse von Hans Bernecker und seinem Team kennenzulernen. Erstabonnenten können dabei in den ersten drei Bezugsmonaten einen Preisvorteil von 50% in Anspruch nehmen oder nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.ichkaufeaktien.de. Herr Bernecker, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen richtig guten, richtig hervorragenden Tag. Machen Sie es gut. Ich schließe mich dem Gerne an. Vielen Dank. Vielen Dank.